Ladies and Gentlemen, Dark Souls 2. Willkommen. Es geht weiter mit Dark Souls 2. Nein, mit Bloodborne. Nein, Dark Souls. Okay. So, wo bin ich stehen geblieben, mein Lieben? Das Spiel hat noch nicht angefangen, wie man sieht. Ich habe 35 Millionen Seelen und nur ein Leben. Oh mein Gott, was da unten? Habe ich da was gehört? Ha? Habe ich da was gehört? Was ist das? Kann man die Kamera machen? Oh, gar nichts drin. Was für eine Enttäuschung. Nimmt es auf? Und wie es aufnimmt. Noch nie hat es so aufgenommen wie heute. Ist schon schön. Ist schon schön, muss ich zugeben, wenn man aufnimmt. Ohne aufnehmen ist so scheiße. Aber wenn man aufnimmt, ist es schön. Weiß ich wie schön. Opa, hallo Opa, willkommen. Wie geht's? Wie steht's? So. Dark Souls. Wie viel? Zwei. Ja, ein Spiel. Oho. Es ist mehr als nur ein Spiel. Oh mein Gott, was ist das? Na, wer bist du denn? Hast du keine Familie? Ja, niemand hat Familie. Deswegen alle so schlecht gelaunt. Familie ist wichtig im Leben, glaube ich. Ich habe zwei, aber auf jeden Fall. Oho. Mein Freund, willst du was sagen? Kann der reden? Hallo? Nachricht lesen. Zunge aber Loch. Oho. Was heißt das? Loch ist Loch oder was? Okay, nee. Das heißt Töde. Stirb. So, wie man sieht, ich bin sehr unterlevelt. Meine Waffe geht kaputt. Wieso? Was ist das? Hey. Oh mein Gott. Das ist Loch ist Loch, okay? Ich verstehe. Oh Gott, was ist das? Seele eines stolzen Ritters und Menschenbild. Oh, hast ja gerade angefangen. Naja. Ja. Besser? Ist doch besser. Äh, nee. Also nicht heute, aber ja. Ich habe jetzt schon ein paar, paar Parts aufgenommen. Äh, und ja. Also, schon schön. Schon schön. Für diese Rüstung habe ich geblutet, Leute. Guck mal diese Rüstung an. Ich habe so viel gelevelt, ich glaube gar nicht, damit ich damit rollen kann. Habe ich den Ring an? Mal gucken. Oh, ist schon schön, dieses Spiel. Ich liebe es. Ich habe es noch nie gespielt, liebe YouTube-Zuschauer. Deswegen, also nur sagt, dass ihr wisst, alles neu für mich. Ich werde blind spielen. Blind. Also ich werde wirklich Augen zumachen und durch, äh, durch die Welt. Dann bin ich ja pünktlich. Hast nichts verpasst. Ja, den Bus aber habe ich schon getötet. Ja, ich habe ihm schon gezeigt, wie groß die Welt ist. Niemand ist sicher, wenn ich, wenn ich da durchlaufe. Oh, also jetzt habe ich vergessen. Muss ich da runter? Ich, ich, wie war das nochmal? Äh, egal. Laufen wir mal so. Ja, ich habe sowieso vieles vergessen. Jetzt, äh, Spaß auf Seite. Äh, also nicht wundern, wenn ich dumm und dämlich, äh, suche. Ich habe das Spiel noch nicht 110 Mal durchgespielt. Ich muss jedes Spiel 110 Mal durchspielen, damit ich es 110 Mal durchgespielt habe. Weil, wenn ich es nicht 110 Mal durchgespielt habe, dann kann ich es nicht 110 Mal durchgespielt haben. Ja, so einigermaßen. Aber, naja, Loch ist Loch, wie man gesehen hat. Nein, ist es nicht. Vertraut mir. Nicht Loch ist Loch. Loch ist nicht Loch. Nein. Ich habe viele Löcher gesehen im Leben. Und eins kann ich euch sagen. Loch ist nicht Loch. Nein. Definitiv nicht. Loch ist schon Loch, aber es gibt Löcher. Versteht ihr? Es gibt Löcher. Es gibt Löcher. Und im Leben, man muss sich gut entscheiden. Meine. Nicht Loch ist Loch. Nein. Er heilt sich. Automatisch. Protest. Er protestiert. Okay, okay. Ich rede keine Scheiße mehr. Dorksos. Wie habe ich ihn genannt? Er heißt Husein. Nein, warte. Ich weiß auch nicht, wie er heißt. Wie heißt du eigentlich, mein Sohn? Wie heißt... Ui, was ist das? Oha. Steh auf! Rocky. Ich meine... Rocky ist überall. Nein, ich nenne ihn... Schwierig. Suleyman. Nein, ich weiß nicht. Wie soll ich ihn nennen? Habe ich ihm keinen Namen gegeben? Wie kannst du nun? Wo Name, wo? Er hat keinen. Ja, genau. Er hat keinen Namen. Ja. Schon mysteriös. Oh, Dennis ist auch da. Juhu, Dennis. Hallo, willkommen. Ladies and Gentlemen. Dark Souls. Ist das immer noch dein erster Run? Das ist nicht wichtig. Wichtig. Wichtig ist... Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, wo gehe ich jetzt? Wo muss ich durch? Überall ist geschlossen. Ich habe vergessen. Alles vergessen. Warte mal, was ist das? Ich glaube, hier. Muss ich hier durch? Nein, da bin ich gekommen. Alter. Oh, da ist jetzt... Ja, ja, wir sind richtig. Okay, okay. Oh, oh, was ist das? So schön. Ein Leuchtfeuer. Ich habe übrigens 400 Millionen Seelen dabei. Also bitte nicht sterben. Sonst tötte ich dich mit meinen Fingern. Ich habe starke Hände. Ich habe Free Fight gemacht. Ich habe nur Hände trainiert. Als andere ist gelogen. Was ist das? Oh, geschlossen. Warte mal. Das sieht sehr merkwürdig aus. Das sieht sehr... ...interessant aus. Nein, auffällig. Nein, warte. Ich finde das Wort nicht. Egal. Was ist da drin? Aha. Ich glaube... Oh, guck mal. Ist die Grafik nicht herzig. Also ich muss sagen... Ich let's play... Oh. Oh mein Gott. Was ist das? Ich spiele ja zur Zeit sehr viele Spiele, aber Dark Souls ist... Da bekomme ich Tränen. So. Das ist wie wenn man einen Sohn bekommt. Hätte ich einen Sohn, würde ich auch so weinen. Aber ich werde bestimmt eine Tochter bekommen. Was noch besser ist. Ich finde es schön, wenn man eine Tochter bekommt. Meine Mutter sagt, du wirst 100%ig eine Tochter bekommen. Du wirst alles zurückbekommen, was du... Ja, egal. Ja, auf jeden Fall... So. Soll ich da runter gehen oder soll ich da... Oh mein Gott. Ich kann mich nicht entscheiden. Zerfeinter voraus. Zäh. Der kennt mich wohl nicht. Ich habe nur einen Hoden. Also ich nicht der. Oh. Oh nein. Oh nein. Ich kenne den. Fuck. Oh. Aber ich bin auch zäh. Oh mein Gott. Ich mache so wenig Schaden. Oh scheiße. Kondition. Komm. So. Ruhe bewahren. Oh. Ich habe schon Skills, oder? Ja. Schon talentiert. War ich schon immer. Uff. Bäh. Okay. Oha. Oh mein Gott. Steh auf Rocky. Schieße Rocky. Schieße Star. Aha. Oh mein Gott. Fünf Jahre vor meinem Leben. Nimm, nimm. Da. Gratis. Oh scheiße. Noch ein Treffer. Nein, warte mal. Nein, ich bin tot. Ich glaube es einfach nicht. Einmal nicht. Oha. Guck mal. Seine Rüstungen. Sondern sind das Gesichter? Aber schon unheimlich. Okay, jetzt geht es nicht. Warum? Wie meinst du, das geht nicht? Siehst du mich nicht? Wie kannst du nur mich nicht sehen? Bitte. Bitte nicht lügen. Nein. So. Alter, wieso bin ich gestorben jetzt? So unnötig. Habe ich noch nie gesehen. Gib meine Seelen. Gib meine Briefe. Nimm deine Briefe. So. Okay. Du bist unheimlich. Ich esse dich zum Frühstück. Aha. Oho. Ja. Wer mit Feuer spielt. Okay. Okay. Ruhe bewahren. Ruhe bewahren. Friss. Und stirb. Oh nein, warte mal. Oho. Das war gut. Ja. Das Wort Skills hat man erst gefunden, als man mich gesehen hat. Vorher hat es keine Bedeutung. Okay. Oho. Guck mal, er ist so aggressiv. Dass er in Flammen aufgeht. Ist das Rauch? Nein. Oh nein. Kopfnuss. Genau mein Stil. Oh scheiße. Oh scheiße, warte. Nein, nein, nein. Warte. Scheiße. Oho, was ist das? Oho. Verflucht. Ich bin verflucht. Wo verflucht? Okay, nein. Ich bin nicht. So, ich glaube, er ist gefälligst tot. Ich bin nicht verflucht. Gegenstand. Glitzerndes Titanit. Noch nie gesehen. Noch nie gesehen. Schon schön. So, und jetzt habe ich da Pharao. Wo ist Klöpatra? Ja, sie ist heute nicht da. Große Keule. Ich mag diese Keule nicht. Ich bin im Zug. Oho. Wieso? Oho. Du bist rausgegangen? Wie kannst du nun? Bist feiern gegangen. Oho. Das ist auch schön. Ja, seht ihr? Da ist Pharao. Und wo ist Klöpatra? Was steht? Soll ich gucken? Ja, ich bin neugierig. Lies, mein Sohn. Lies. Nein, nicht das. Nachricht. Jetzt. Also diese Keule. Was soll die sagen? Ich hasse Keule. Ich muss immer an Fred Feuerstein denken. Also wirklich jetzt. Priesterglocke. Oh. Nein. Jetzt lügst du aber. Das muss ich testen. Ich bin sehr religiös. Deswegen. Oh nein. Aber okay, die habe ich verbessert. Oh, guck, die ist besser. Was ist das? Intelligenz? Oder Wille? Habe ich beides nicht. Deswegen kenne ich nicht. Auch schön. Okay, ich benutze. Oh nein, habe ich Pharao? Ja, ich habe. Was kommt jetzt raus? Oh mein Gott. Ich habe Angst. Ich gucke an die Augen. Leno. Und dann Fred Türkenstein. Hey Leno, wie geht's? Und ein Leno. Jean Reno ist da. Ja, er ist auch mein Zuschauer. Er ist bekannt. Ihr kennt bestimmt seine Filme. Ja, er ist jetzt in den Stream reingekommen. Das bedeutet, wir werden gleich sterben. Also immer wenn er da ist. Ich weiß auch nicht. Er ist wie ein Omen. Kennt ihr Omen? Kennt ihr nicht? Ich auch nicht. Ja, ich muss diese Filme mal schauen. Wirklich. Ich schäme mich. Bluestein. Nein, Bluerein. Blu-ray. Ich kann das Wort nicht mal aussprechen. Also Pharao, gib ihm. Gib ihm Pharao. Ich habe 11.000 und ich gehe da bestimmt noch nicht rein. Juhu. Wir kommen irgendwo hin, wo ich nicht weiß. Wo ich nicht kenne. Mal gucken. Konzert Berlin. Sido und Kul Savas. Oh. Du magst Deutschrap? Deutschrap? Ich kann auch gut rappen. Oina Maschiketum, Schiketum. Ach, Jan Artenen. Ihr kennt doch. In Deutschen. Ihr seid doch auch Halbtürken eigentlich. Nein, ich mache Spaß. Nicht alle. Rüstung des Auros. Rüstung der König. Okay. Hallo. Wie heißt sie nochmal? Mismajula. Schon schöne Stimme. Guck. Gensaut. Weißt du, was Gensaut ist? Oh. Zum Glück bin ich überhaupt nicht beherrt. Okay. Was erzählst du wieder Geschichten? Wir haben uns schon tausendmal gesehen. Das ist nicht unser erstes Mal. Hallo Gizmo. Ja, ich bin Tarkan. Drei funftige. Nein, ich habe keine Scherbe. Aufsteigen. Steige auf, mein Sohn. Steige auf, soweit du kannst. Ja, wir sind sehr unterlevelt, wie man sieht. Mein Ziel ist, Stufe wie viel? Ist Maximum so viel will ich erreichen. Das ist mein Ziel. Genau. In diesem Spiel, wirklich, in meinem Leben, ich bin noch jung, 21, in meinem Leben, das ist mein Ziel. Verstehst du, was ich meine? Nicht das, das, das. Das ist mein Ziel. In diesem Spiel will ich OP sein. Ich will husten, ich will pusten, dass die alle Gegner fliegen. Nein, ohne Witz, ich mache keinen Scherz. Das ist ernst. Ich will alles 99. Wie viel? Wie viel kann man? 99 will ich haben. Ich will überall 99. Alles ist gelogen sonst. Guck mal, Belastung 23. Gar nicht schön, sowas. Ich habe so viel gerätet. Okay, weiter. Belastung 24. Nein, ich muss mal gucken. Wie viel habe ich Belastung jetzt? Kann ich überhaupt noch laufen? 68 Prozent. Schon schön, wenn man laufen kann. Bastard, Schwert. Ist auch schön. Aber wenn ich jetzt noch einen Ring bekommen hätte ich Probleme, würde ich sagen. Das heißt, das heißt gar nichts. Das kann warten. So, ich nehme mal. Was soll ich nehmen? Schon schwierig. Ich will auch ein bisschen, 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 wund... Ähm, Ding. Wie heißt das? Heilung. Heilung ist auch schön. In diesem Spiel. Oder? Hm. So, ich Kondition nochmal. Ich als Kondition Monster. Ja, komm. So, wir haben noch zwei Millionen. Gehen wir mal einkaufen. Weil, ihr wisst ja, wenn man Sachen einkauft beim Millionär, ja, er ist Millionär. Wer wird Millionär? Er wird Millionär. Und, ähm, schon wieder am Scheißen. Ah, okay. Also jetzt, Gegenstand kaufen. Was hast du, was ich nicht hab? Er hat alles, was ich nicht hab. Guck mal, alles so teuer. Ja? Ja, deswegen bist du hungrig noch. Ja, ich weiß ja, wenn man die Sachen kauft, anscheinend. Ich kenne das Spiel ja überhaupt nicht. Ich hab noch nie gespielt, ich hab noch nie gesehen. Wenn man die Sachen kauft, äh, bekommt, bekommt er immer wieder neue Sachen. Ich glaube, so, deswegen, ja, wir sehen, wir werden sehen, ob das stimmt oder nicht. Äh, was kann ich kaufen, was schön ist und günstig? Wenn ich zwei Sachen gleich kaufen könnte. Ja, nehmen wir das einmal. Hm. Und noch das. Besitzen. Gut. Ja, einfach alles kaufen. Hab ich, hab ich, hab ich doch, hab ich noch Seelen? Mal schauen, ob ich noch Seelen habe. Oh, 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 guck mal. 2000, schon schön. 2000 Seelen. Das ist Luxus, damals. Das ist, Farmen ist das. 3200 Seelen, noch niemand hat so viel gesehen. Und scheinend, hab ich gehört, hat man mir gesagt. So, was soll ich, oh, 4000, wer kauft das? Was sieht hier? Ihr, überall Abzug, egal wo man ist. Überall ist Abzug. Überall, von Nase muss kommen, überall. Kauf eine, wie viel willst du kaufen? Wie viele Krüfte hast du? Okay, nehmen wir noch das. Okay, fertig. Ja, ja, ich liebe mich auch. Ich bin auch Fan von mir. Gut, ich komme mir nie wieder. Nie wieder, mach mal günstiger. So, jetzt gehen wir noch, oh, guck mal, ich bin so breit. Krass, dass ich laufen kann. Da ist es wieder schon schön. Jagismo, rede, rede. Er verändert sein Angebot und sitzt dann an einem anderen Ort, wenn man genug ausgegeben hat. Aber es ist echt viel, was der Penner will. Ja, du sagst ja, Penner, deswegen will er viel. Was ist das? Nein, ich glaube, nein, ich glaube, ich muss da hin. Ja, ich wollte heute eigentlich Xenoblade 2 Chronicles 2 streamen, aber Leute, ich habe, glaube ich, für die nächsten paar Monaten genug gelesen. Nein, es ist ein sehr schönes Spiel, aber heute ist Samstag, bitte. Ich habe genug Kultur geholt in diesen acht Parts, wo wir noch nichts gesehen haben von dem Spiel. Und ja, es ist schon schön. Es ist wirklich ein sehr schönes Spiel. Das Kampfsystem ist schön, die Geschichte ist schön, die Frauen sind schön, ihre Rüstungen, was man alles sieht. Ich meine, die Rüstungen, schöne Rüstungen haben die an. Es ist alles schön gemacht. Das Kampfsystem hat mir auch gefallen. Also, das Spiel ist besser, als ich gedacht habe. Aber alle haben was zu sagen. Alle reden. Ich finde es lustig. Am Anfang bettelt er noch um jede Seele und später wird er richtig arrogant. Der Verkäufer, meinst du? Boah. Kennst du das, bis abends was müde legst? Müde legst dich was hin und bist dann nachts wieder wach. Nein, kenne ich nicht. Ich bin nie müde. Never. Ich schlafe nicht, nämlich. Deswegen. Nein, natürlich. Jeden Tag habe ich das. Aber hast du bettelt, bettelt?